Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja, hier, Stimmbruch ist auf jeden Fall am Start. Und ja, bevor das Video richtig losgeht, vielleicht schaffen wir hier auf dieses Pack-Opening oder Abonnentenspecial die 18 Likes. Wäre mir mal wieder ganz nice. Also droppt auf jeden Fall mal den Like-Button, denn heute gibt es einfach ein heftiges Pack-Opening. Aber natürlich erstmal möchte ich mich auf jeden Fall bedanken bei der lieben Hashtag Schacht-Army, dass ihr alle zusammengehalten habt. Und ja, wir sind jetzt einfach 250 Abonnenten. Zurzeit sind es 252, aber das ist einfach krass. Einfach krass, wie der Kanal auch noch gewachsen ist. Also ich weiß echt nicht, am Anfang, als ich mit YouTube angefangen habe, dachte ich mir so, ja, YouTube mal so einfach so mal auszuprobieren. Und jetzt sind wir einfach schon so viele Leute, das ist einfach nur krass. Kuss geht raus an euch. Es ist einfach richtig, richtig nice, was ihr hier alle auf die Beine gestellt habt. Denn ihr seid einfach wirklich dafür verantwortlich. Jeder von euch kann sich jetzt mal in die eigene Nase fassen, dass er Teil dieser Schacht-Army ist. Und es ist einfach nur krass, was wir alles geschafft haben und geleistet haben. Und ja, da möchte ich mich bei jedem einzelnen Abonnent von euch oder auch Aufrufer von euch da draußen wirklich bedanken dafür. Und ich würde jetzt sagen, let's go. Gehen wir einfach jetzt mal rein ins Pack-Opening. Hoffentlich können wir ja nochmal vielleicht ein paar Spieler ziehen. Wäre ja ganz nice. Also hier dieses Pack. Ich kann es einfach so oft, so oft kann ich es einfach öffnen. Also Leute, wünscht mir Glück. Ich gehe jetzt hier rein. Hoffentlich ziehen wir einen guten Spieler. Okay, zwei Trainingspunkte und bekommen wir noch was dazu? Okay, Vertragspunkte. Das ist wahrscheinlich dann hiermit zu dem weiteren, ja, vom weiteren Verlauf des Saisonvorbereitungsevents. Nächstes Pack. Zwei Transferpunkte und ein Trainingspunkt. Okay, machen wir weiter. Los, Leute. Wir wollen doch unbedingt einen Spieler. Ich glaube, wenn da zwei verbleibende Gegenstände sind. Zwei verbleibende Gegenstände. Das könnte ein Spieler sein. Leute, was ist es? Es ist 93er Weir. Nice auf jeden Fall. Richtig, richtig nice. Der erste Spieler ist hier am Start. Timothy Weir. Oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Nice auf jeden Fall. Richtig, richtig nice. Okay, nächstes Pack. Vielleicht haben wir ja wieder Glück. Zwei verbleibende Gegenstände müssen da sein. Okay, jetzt ist einer. Okay, können wir hier erstmal skippen. Ich habe noch 7000 Gems. 7600. Also, wir zocken die jetzt hier einfach runter. So, zack. Ah, wieder kein Spieler. Schade. Vielleicht im nächsten Pack. Come on. Let's go. Let's go, EA. Am besten ein Hazard. Ein hunderter Hazard. Und ich bin zufrieden. Okay, nächster Spieler, Leute. Wir haben einen Spieler drin. Okay, wünscht mir Glück. Komm. Let's go. Oh, Xaver Schlager. Nein. 90er Spieler. Ah, aber immerhin ein Spieler. Hoffentlich kann ich die dann für ein bisschen Geld verkaufen. Wäre ja ganz nice. Die nochmal verkaufen zu können. Ah, nächstes Pack. Leider kein Glück. Ah, bisher zwei Spiele. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Los, EA. Ey, komm. Irgendeinen 95er vielleicht nochmal reintun. Ah, wieder keiner. Wieder kein Spieler. So, komm. Vielleicht jetzt. Vielleicht jetzt mal wieder ein Spieler. Ah, wieder keiner. Eine etwas längere Durststrecke. Ich hoffe, dass sie mir jetzt mal bald wieder einen Spieler reintun. Los, kommt. Come on. Ah, wieder keiner. Wieder kein Spieler. Es kotzt einen an. Komm. Los, Leute. Los, EA. Los, Leute. Das muss doch jetzt mal was sein. Komm. Komm. Nein. Und wieder kein Spieler. Alter. Es geht ja gar nicht hier. Okay. Vor, ähm. Das ist sogar schon das letzte Pack. Ja. Ja, das ist das letzte Pack. Ich hoffe, es ist jetzt hier nochmal ein ordentlicher Spieler drin. Okay. Komm. Bitte, lasst, bitte, EA. Lasst einen Spieler rein. Bitte. Bitte. Nein. Schade. Naja. Zwei Spieler habe ich gezogen. Und ja. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Denkt daran, vielleicht schaffen wir ja die 18 Likes auf dieses Video. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.